Okay, hello it's the Martian, Space Jam Jardins, I want this year forever, wake up and smell the garden, fresher than the harvest. Okay, hello it's the Martian. Schönen guten Tag und herzlich willkommen 2019 am 30. Oktober zu einer neuen Stapel von Milton der Magier. Wir sind mal wieder in einer neuen Welt gestrandet und wir werden uns hier mal umgucken und mal schauen, was hier so geht. Das ist natürlich alles ein bisschen anders als vorher mal wieder. Es gibt so neuartige Sachen, mal wieder bei Feed the Beast, Findity Evolved, unter anderem Quests. Hier zum Beispiel, wir sollen Akazienholz 16, oh egal welches Holz, 16 Stück sammeln, dafür kriegen wir eine Steinachst. Das kriegen wir hin. Oh, hier ist ja keine Stadt, aber wir haben ja alles hier. Magischer Wald, Wüste, Tundra, Sumpfland. Also wenn wir hier nicht ein schönes Gebiet gefunden haben, dann weiß ich auch nicht. Da werden wir uns doch mal hier einen schönen Ort suchen, an dem wir ein kleines Häuschen bauen. So ein Sumpfland sieht eigentlich auch ganz schick aus. Hier ist ein Wasser, das ist toll. Das ist alles sehr schön. Ich finde diese Musik auch sehr malerisch schön. Mal suchen wir uns jetzt. Oh, hier ist ja auch gleich noch eine Hüte. Also hier kann man natürlich richtig was draus machen. Ich benutze übrigens wieder im Tech-Shop-Pack. Auch gleich wieder eine Folge erzählt. In der Tour, also alles ganz frisch neu hier. Selbst ein Metroid-Einschlag ist hier, also hier ist alles vorhanden. Was haben wir hier? Einen Bierenbaum. Das ist natürlich auch gut. Hier wegen dem Einschlag natürlich ein bisschen kaputt. Können wir gleich mal 16 Eichenhölzer sammeln, würde ich sagen. Schön mit dem Questbuch. Aber bei einem... ...drehen wir auf Holz geklopft, haben wir auch. Was haben wir hier für einen Baum? Gummi-Baum-Holz, okay. Ah, hier ist natürlich ein Mana-Baum. Auch Eiche. Auch Eiche. Gibt es ja auch irgendwelche kleinen Bäume. Da drüben. Ach, hier ist fängt auch ein neues Gebiet an. Hm. Nehmen wir doch mal hier diese Eichenbäume. Man könnte natürlich auch... Warum geht das nicht? Ach, das packt man jetzt. Äh. Das ist ja ein bisschen gedegen. Mhm. Naja. Da krieg ich jetzt mit vier Stück nebeneinander gepackt, ist die Frage. Aha. Das sieht so... Das sieht ja mal ein bisschen komisch aus. Das passt ja noch nicht ganz so zusammen. Ach, das stört mich ja schon wieder. Ich weiß noch nicht, woran das schon wieder liegt. Hier drin geht's. Äh, was mach ich denn da? Wir wollen doch natürlich eine Axt bauen, damit das Ganze schon ein bisschen schneller geht. Wir wollen natürlich jetzt aber zu wenig Holz für... Äh. Ne. So. Also das nervt mich aber hier noch ein bisschen, dass das hier so versetzt ist. Das ist ja ein bisschen doof. Na ja, wir werden jetzt erst mal ein bisschen Holz abbauen. Und dann, wenn wir jetzt mal ein bisschen noch Musikuntermalung reinspielen, würde ich sagen. Also, natürlich... Find ich das natürlich jetzt gerade nicht. Das war ja klar. Magier. Mal gucken, habe ich denn noch was. Okay. Ich würde auch sagen, dann fangen wir doch gleich wieder mal mit dieser Musik hier an. Down, 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 down. Es ist auch schon ein bisschen näher, dass man diese Musik gehört hat. Es ist seit Jahren wieder die erste Aufnahme, also zeigt mir schlechte Soundqualität. Ich bin eigentlich da ganz glücklich, wir werden erstmal den Wald ablaufen. Wie viel habe ich jetzt überhaupt? 17. So. Kann ich nämlich Clam Reward machen? Jetzt habe ich das auch gekriegt. Ist doch cool, ne? Was haben wir denn noch? Das haben wir complete. Stufenofenofen soll ich bauen, dafür kriege ich 8 Kohle, dafür. Da kriege ich leere Schablonen für... Wow. Der Frila? Oh, sehr cool. I like one. Also würde ich sagen, machen wir jetzt nächstes Mal das hier. Was gibt es da für Gummi-Riegel und Gummi? Für Gummi-Holz zu sammeln, Kautschuk und Gummi-Riegel. Aber wie kriege ich Gummi-Riegel? Gummi-Holz kriegen wir hin, das ist nicht das Problem. Oh, es wird dunkel. Natürlich wird es schon dunkel. Oh. Hier brennt er ganz so weit. Einfach mal schnell das Hüls... mitnehmen hier, bevor es abbrennt. Oh, hier ist auch cool. Was zu essen. Ja, das doof ist es natürlich, dass es jetzt dunkel wird und wir noch keine Wolle haben. Um ein Bett zu bauen. Die natürlich auch keine Schafe sind. Oha. 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 So, wir sind auch schon wieder on Tour. So... ...inderschöpf? Hey, meeh. Aber leider seh ich keine Schafe, oh da hinten sind Schafe, natürlich so nachts, oh, Schafe Sammeln ist natürlich nicht das, was man eigentlich tun sollte Kackendreck, er ist nur gestorben Nachts, heute Nachts Na ja gut, wir versuchen einfach mal die Nacht irgendwie zu überleben Mal mal hier reingehen, mal gucken was es hier so gibt Hätten wir ne Biene, nicht brennende gefärbte Kerze Karten Schere, Forest Trick Bisschen Schreibtisch Platziere eine genetische Probe im Zentrum, um zu beginnen, platziere mehr in den linken Schlott und oder so weiter Aha Aha Man kann irgendwas hier reintun Ich hab hier alles noch nicht gemacht Oh, hier haben wir doch mal was Stahlbahn, Zinnbahn und Stahlschwert Hier gehen sie richtig ab, die Menschen Oh, was haben wir hier, hier ist noch so ein Ding Stahlbahn und Elektronischer Stahl Was werden wir jetzt mal hier auf jeden Fall immer brauchen Das war's für heute. Ach, ich hoffe ja, es wird irgendwann mal wieder hell. Ich hoffe ja, es wird irgendwann mal wieder hell. nächste nacht habe ich zum lückenbett ja auch leute es ist doch auch hier war sogar die bonus truhe schon zweimal gestorben also es fängt auf jeden fall super toll an der mond geht langsam unter jetzt schon keine lust mehr hier runter zu sterben ja ich kann jetzt noch nicht mehr schnell laufen da ich hunger habe oh man ja 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 Ich habe nichts zu essen hier. Ich habe nichts zu tun. Ich wollte doch nur eine Schere haben. Ich habe nichts zu tun. Ich habe nichts zu tun. Ich gehe dann auf jeden Fall nochmal durch diesen magischen Fall durch, um zu gucken, was auf der anderen Seite ist. Ich habe auf jeden Fall noch Sachen gefunden, die man so braucht, um ein kleines Hütchen zu bauen. Dann muss man mal mit ein bisschen mehr Verstand an die Sache rangehen. Ich habe nichts zu tun. Ich habe nichts zu tun. Und da ist doch zum Beispiel ein Fluss, finde ich immer gut. Und den Berg hätte ich dann natürlich noch schöner gefunden. Ah, hier ist schon mal ganz cool. Ich habe nichts zu tun. 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 So an Biomgrenzen finde ich halt immer ganz toll. Hier sind sozusagen 3 Biome, das ist ein großes Holzding, das finde ich sehr gut. Ich finde eigentlich hier ist perfekt, so Plain. Hier in Magic Forest, in die Tundra. Hier fährt ein Japan Chip, ja perfekt, also ich würde sagen, dass hier nicht ein Großholz ist, oder? Dann werde ich mir hier so... Hier so ist gut. Eigentlich... Aber wir können eine Mine hier reinbauen. Ja, ich denke das ist gut. Erstmal eine Kiste. Mal den Schrott rein, so. Mal den Schrott rein. 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 So. Mal den Schrott rein. Was für eine erste Nacht, ja unglaublich. Zwei Mal gestorben. Wir haben nur Schrott gelabert. Nur einmal Terraform. Das dauert natürlich eine Weile. Steine wären natürlich gut. Stein weg, so geht alles schneller. Ich würde sagen, Termineingang. Doch, hier so hin. Was ist das, ein Theorit? Hier, dichte Steinkohle. Hier. 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 war doch klar schnell hier nochmal warum war mir das schon wieder so klar zweite nacht die tage gehen aber auch so schnell um natürlich noch kein bett gebaut gab es ein bisschen steinern ein technischer fortschritt ganz schön Redstone Jetzt hätte ich ja gerne noch ein Bett Komm her, hab ich aber nicht da Gut, dann werden wir als nächstes auf jeden Fall mal diesen Ofen bauen Wie kann man denn bauen? Wie bräuchte ich denn den halben Ofen? Wie kann man denn das auf jeden Fall stufenofen ach mit stufen mit stufen baue ich den natürlich